Moin euch wieder zurück bei Destiny 2 mit einem neuen Beutezug von Spyder und ich zeige kurz mal um welchem Beutezug es sich handelt hier und zwar hier gesucht Pandrock sollte es in nichts statt in Jagd im Knochenheilig tun wir auf Ayo oder Io Landezone zeige ich kurz direkt bei Asher genau hier der Riss, dann fahrt ihr einfach gerade durch und ist hier vorne gleich direkt da vorne im Sektor ist gar nicht markiert auf der Map aber wie man sieht dort ist das Zeichen da müsst ihr hin und direkt einfach rüber und dann seid ihr schon da, eigentlich easy und ja dann würde ich den jetzt erstmal legen, ja ihr wisst wo er jetzt zu finden ist, könnt direkt rein und den fertig machen aber ich mache es jetzt noch mal insgesamt hier fertig damit ich auch weiß was an Blut rauskommt ich hoffe immer mal dass da irgendwas tolles rauskommt oder mal ein Exo aber bis jetzt habe ich echt Pech gehabt ja da kam jetzt nur ein einziges mal Exo aus dem 2er Beutezug und das war der heroische Beutezug den Rest kannst du eigentlich vergessen, sagen wir es mal so aber nichtsdestotrotz sind alle neuen Beutezüge gemacht natürlich und deswegen der hier auch hier würde ich finde auch einfach durchlaufen wie gesagt, ja bis zum Hauptgegner bis zum Besuchung, natürlich auch, braucht ihr eigentlich gar nicht so viel rumkrebsen, muss natürlich recht weit hochlaufen hier machen wir einfach mal die an, lasse ich alle unten stehen hier, was solls hier noch was mit oh schade ich habe ein Schildhüter geholt hier ganz gut damage hier eine der Nervenbolt so hoffentlich falle ich jetzt hier nicht irgendwo runter so hier müsste eigentlich schon die Haupthöhle sein, da ist er nämlich schon ein einziges Problem ist, dass meine Suche noch nicht ready leider ist jetzt natürlich gerade ein bisschen bescheiden schön, dass sie hier vorne weg steht so jetzt gerne mal eine super Rallye, das wäre echt super aber aber noch nicht gut so so schon erledigt schon abgeschlossen so noch ein schönes Pfeil lassen hier für mich so müssen wir kurz mehr verziehen aber nichtsdestotrotz will ich gleich noch die Kiste einsacken und den Loot abholen und voll zu vielleicht nicht so ein Platz schaffen hier, weil die Nerven doch ganz schön rum hier so wir möchten nochmal ein bisschen Feuer für euch hier los so die Nerven ja die kleinen besessenen Kerl ne die Nerven ja wirklich so Loot und jetzt gucken wir uns mal kurz an was ich gekriegt habe so einmal hier steht die nur vor Hüftfeuer ja Hüftfeuergriff und Killclip nicht gut kann direkt weg braucht keiner so was haben wir hier noch das kann auch weg das kann natürlich auch weg und jetzt ähm ja ja der Beutzug ne mal den Loot rausholen hier mal gucken schmaler Grat ok die Waffen jetzt nicht so gut gucken wir mal kurz die Perks an äh aggressives Gehäuse schneller Zug HV sicherer Schuss HV äh Panzerbrechende Geschosse dann Prallgeschosse und dann hier im Rutschen und dann hier einmal die Bälle ja auch nicht gut kann auch gleich weg braucht keiner so ja dann bedanke ich mich fürs Zusehen paar Fails wie gesagt aber es soll ja auch nur der Weg gezeigt werden wo es hingeht hier zum gesuchten und dann danke fürs Zusehen und Zuhören reingehauen bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal